Verschlossen und der Schlüssel steckt von innen. Keine Chance. Ich höre nichts. Und Sie sind sich ganz sicher, dass Sie einen Schuss gehört haben? Ja doch. Mein Mann muss da drin sein. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Tür ist zu. Mein Mann sperrt nie ab. Nie. Gut, dann auf die harte Tour. Darf ich? Garst, nein! Geh uns in der Höhe! Bringst du dich wieder nach oben? Nein! Ein Schuss von einer an der Stirn. Aber ich sehe nirgendwo eine Waffe. Dann war es kein Selbstmord. Fenster sind alle verschlossen. Hier oben die Tür ist auch verschlossen und der Schlüssel steckt von innen. Dann muss der Täter noch drin sein. Das kann doch nicht wahr sein. Die Fenster sind alle zu. Die Tür ist von innen verschlossen. Wie will der Täter denn hier rausgekommen sein? Keine Ahnung. Aber darüber muss ich die Spurensicherung in den Kopf zerbrechen. Rufst du die Spurensicherung und die Gerichtsmedizin? Sprichst du mit Frau Littke? Bitte stellen Sie sie vorsichtig hin. Das sind Erbstücke meiner Mutter. Spurensicherung und Gerichtsmedizin müssten gleich da sein. Würdest du sie in Empfang nehmen? Ja, klar. Die finden uns sonst wieder nicht. Frau Littke, mein herzliches Beileid. Es tut mir unglaublich leid, dass Sie das vorhin mit ansehen mussten. Dann geht es einigermaßen. Ich müsste Ihnen da noch ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Okay. Am besten erzählen Sie erst mal ganz genau, was passierte. Also wir gingen gestern so gegen 11 Uhr zu Bett, wie immer. Und Carsten ist heute etwas früher aufgestanden, weil er noch eine Verhandlung gehabt hätte. Er ist ja Anwalt für Steuerrecht. Ja, ich habe dann weiter geschlafen. Und dann bin ich von diesem Knall aufgewacht. Und ich bin runtergerannt. Habe ihn gerufen, er hat mich geantwortet. Die Tür war verschlossen. Und dann habe ich sie gerufen. In dem Arbeitszimmer gab es noch eine zweite Tür, die nach draußen geführt hat. Ja, aber die benutzen wir nicht. Die klemmt und die ist eigentlich immer verschlossen. Haben Sie vielleicht hier im Haus ein Überwachungssystem oder Kameras? Ja. Carsten hat eins installieren lassen, als wir eingezogen sind. Das funktioniert über so eine App. Ich kann es Ihnen zeigen auf dem Handy. Ja, das wäre toll. Danke schön. Okay, also die Kamera zeigt den Außenbereich, Haustür und Garage. Ich spule mal zurück zu dem Zeitpunkt vorm Schuss. Das müsste hier gewesen sein. Und man sieht nichts. Wonach suchen Sie denn? Der Täter muss irgendwie ins Haus reingekommen sein und er muss das Haus auch wieder verlassen haben. Und aktuell haben wir keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Morgen, Sarah. Hey, morgen. Morgen, Kollegen. Ja, ich bringe mich mal kurz auf Stand. Frau Littgart hat uns angerufen, weil sie hier im Zimmer einen Schuss gehört hat. Die Tür war von innen verschlossen, genauso wie die Fenster. Und die Tür hier vorne ist angeblich immer abgeschlossen. Okay. Und wie ist der Täter dann entkommen? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du uns eine Antwort geben. Na, dann legen wir mal los. Ich komm jetzt. Alexandra, kannst du Frau Lübcke mal nach dem Passwort fragen? Das Ding ist danach aber sowieso in der IT, okay? Danke. Robert, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, wenn ich dir sage, dass er mit einer kleinen kalibrigen Waffe in den Kopf geschossen wurde. Aber bisher konnte ich keine einzige Abwehrverletzung finden. Ja, so weit waren wir auch schon. Das könnte was sein. Frau Lübcke? Ja? Wissen Sie vielleicht, ob jemand in letzter Zeit mit irgendjemandem einen Bekannten oder Mandanten irgendwie Ärger oder Streit gehabt hat? Nein. Warum? Ich habe das hier in seinem Arbeitszimmer gefunden. Ich werde dich dran kriegen. Du scheiß Anwalt. Ich werde dich zerstören. Das sind Drogen. Ja, aber... Wer schreibt sowas? Warum? Also als Anwalt macht man sich nicht nur Freunde, das ist klar, aber sowas... Darf ich mal? Also vor zwei Wochen kam Carsten sehr verärgert mal aus der Kanzlei. Er war regelrecht gereizt. Aber ich wollte nicht weiter nachfragen und ich weiß nicht, was da passiert ist. Die Spurensicherung würde noch ein paar Stunden im Haus bleiben. Wollen Sie nicht ein paar Sachen packen und zu einer Freundin fahren? Ja. Ja, das mache ich. Und, was meinst du? Puh, keine Ahnung, Dani. Aber der Täter kann sicher nicht in Luft aufgelöst haben. Die Spurensicherung wird schon irgendwas finden. Und bis dann brauche ich erstmal einen starken Kaffee. Leute, die geht hier immer noch nicht, die Kaffeemaschine. Ja, weil keiner sie repariert. Ich kann einen grünen Tee mit einem Anschein anbieten. Grüner Tee, Philipp. Ich habe hier übrigens den Bericht der Spurensicherung. Zeig mal her. Da steht eh nichts Lust anderes drin. Ja, aber das kann ja nicht sein. Der ist ja nicht von einem Geist erschossen worden. Aha, okay, stimmt. Nichts, was uns weiterbringt. Fingerabdrücke stammen vom Opfer und seiner Frau? Türen und Fenster haben keine Manipulationsspuren. Hm. Die wurden ganz normal von innen verschlossen. Was wissen wir eigentlich über das Opfer? Carsten Liedtke. Darf ich? Klaro. 46 Jahre alt, Rechtsanwalt, verheiratet, keine Kinder. Und polizeilich noch nie in Erscheinung getreten. Und die Mails? Woher kommen die? Die ITler checken gerade den Rechner. Also die Frau hat dann hier erzählt, dass jemand vor zwei Wochen stinksauer aus dem Büro nach Hause gekommen ist. Vielleicht Ärger mit einem Bandanten? Sollen sich die Kollegen mal umhören. Das klingt doch nach einem klassischen Fall für Dani und Robert, oder? Das sehe ich auch so. Wie du schmatzt schon wieder. Ich kann doch nicht sein, dass du den ganzen Tag isst. Ich habe einen Auftrag für euch. Hallo? Ja? Polizei? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Robert. Blut. Hallo? Ist hier jemand? Polizei. Sind Sie wirklich von der Polizei? Können Sie einen Ausweis unter der Tür durchschieben? Gut. Oh je. Sie sind ja verletzt. Kommen Sie. Setzen Sie sich erst mal. Haben Sie irgendwo einen Verbandskasten? Ja, da. Hier? Ja. Frau. Charlotte Mahler. Ich bin die Rechtsanwaltsgehilfin von Herrn Littke. Frau Mahler, was genau so passiert? Ich weiß es auch nicht. Ich bin ganz normal in die Arbeit gekommen und dann habe ich einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Und dann, wo ich wach wurde, habe ich dann das Chaos hier gesehen und habe sie dann gehört und mich versteckt. Konnten Sie den Täter erkennen? Nein. Aber ich muss hier jetzt auch... Sie bleiben bitte sitzen. Aber Herr Littke kommt doch bestimmt gleich. Sie bleiben jetzt erst mal sitzen und ich versorge Ihre Wunde. Er blutet ganz schön. Können Sie feste hier draufdrücken? Okay. So. 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 So.